Ich komm jetzt gleich auf. Die haben ganz kurz das Auto geparkt. Das läuft. Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Dennis ist wieder in der Hood. Schöne. Oder sagst du heute wieder Knallerei? Ja. Auf den anderen so. Ja. War da einfach Knallerei. Das Ding ist, wir haben uns ja, wir in dem Moment, wir haben das ja gar nicht gecheckt. Warum nicht? Wir haben uns so angepasst und immer so ein bisschen höher gemacht, höher gemacht, höher gemacht. Bis dann die anderen gesagt haben so, ey, das wird zu hart. Was geht, Dennis? Wahrscheinlich, ja. Dennis einmal, Dennis. Alles gut, egal. Bruder, wie viele Handschuhe waren das bei dir? Zwölfe uns, ich hab jetzt aber 16. Ja, ich hab gesehen, dass der Handschuhe gut ist. Die Brüder sind ja auch am Stab. Das geht, Jungs. Alles gut. Los geht's. Wie geht's, Bruder? Wie geht's, Bruder? Hala, der macht Filme, Bruder. Ewa, Taman, bis gleich, hatte. Habt ihr Schwaring gemacht mit Dennis? Ja, ja. Und ihr war ja Schwaring? Bruder, ich muss jetzt ehrlich sagen, ne? Gegen dich, also ein bisschen dieser Respekt, ne? Aber ich bin auf dich aus. Bruder, wir kommen weiter, wir werden dich dort auch. Nein. Bruder, gegen Dennis war sehr stark. Bei dir war so. Wegen deinem Kampf gegen dich, habe ich mehr genannt, gar keine Angst zu haben. Weißt du? Ich meine, das ist so viel wert, Bruder. Und Cengiz ist eine Maschine. Walo ist eine Maschine. Du hast mich kaputt genommen, ne? Ja? Die können nicht mehr beim Bugs. Komm, wir auf. Video, Video. Hör, Walo, was? Kannst du machen? Ah, nein, das sehe ich. Ich schwör auf alles. Oha, das ist gut. Ich darf mir nicht abwerken lassen. Wir werden auf jeden Fall schwank machen. Wie gesagt, seit letzter Sparling ist mein Drommelwell geplant. Deswegen muss es ein bisschen locker sein. Aber guck mal, kriegen wir schon nicht. Wie geht's euch? Alles klar. Am Vloggen oder was? Ciao. So, heute. Wir sind angekommen im Gym. Wechsel. Wechsel. Hey, hey, hey. Tut. 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 Du. 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 Ich habe schon solche Dinge von meinem Bruder bekommen. Hey, hey, hey. Maşallah, maşallah, maşallah. Ich bin yoruldig, maşallah. Gleich machen wir wieder ein Sparling für euch. Und dieses Mal halten Dennis und ich uns ein bisschen zurück, ne? Mein Bruder. 100 Prozent. Diesmal machen wir wirklich technisches Sparling und übertreiben nicht wieder. Schneller. Da, das ist ja auch ein bisschen schwimmen. Komm, 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 komm. Und zwei. Drei. Zwei. Und raus hier. Drei. Zwei. Und, komm, komm. Komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, 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 Bait. Bait. Ja, schön. Doppelcher. Körperschlag. Auf und Seite. Und nochmal. Zwei Rade. Eins, zwei, drei. Nochmal. Schlag an Seite. Und reicht. Schön wieder. Nicht auf dem Bruder. Nicht schlägern, Bruder. Bei dem musst du mit ruhig. Wenn du schlägst, direkt da sein, Bruder. Der ist da. Der ist die ganze Zeit da. Schön, eine. Sehr schön, Bruder. Lass ihn runter. Rund hoch. Der braucht ein Spezial, Bruder. Rund hoch. Der braucht ein Spezial. Aber erst nah sein. Ich gehe unten halten. Schön. Jagd den, Bruder. Jagd den. Ist nicht schlimm. Jagd den. Jagd den. Komm, Bruder. Sehr schön, Bruder. Hab ich gesehen. Sehr schön war das. Komm. Probier noch mal. Irgendwann funktioniert das. Jaaa. Komm. Wieder, 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 Bruder. Kleine Schritte nach vorne, Bruder. Kleine Schritte nach vorne und Oberkröbe bewegen. Ja. Sehr sauber, Bruder, sehr sauber. Schulter. Schulter, Bruder. Sehr schön, Bruder. Du musst rutschladen. Einen. Deckung hoch. Vergiss die Deckung im Schraube. Oh, das war schön. Das war schön. Körper, Kopf. Zwei Körper, zwei Kopf, Bruder. Komm. Schnell. Explosiv. Komm. 15 Sekunden, Bruder. Du musst nachsetzen. Sonst gibst du dir die Runde ab. Ja. Nicht zu viel. Zwei, zwei. Zwei, zwei, Bruder. Ja. Zwei, zwei. Heide, Bilal. Ja, sehr schön, Bruder. Noch mal. Noch mal. Komm. Letzte vier. Du musst die Runde gewinnen, Bruder. Komm. Letzte vier. Eine gute Aktion. Sehr gut. Viel besser. Fühlen das jetzt. Leute, Bilal hat Angst, festzuschlagen, weil mein kleiner Bruder noch jünger ist. Aber, Bruder... Der ist eine Maschine. Aber... Ja. Ein bisschen Respekt vor seinem Alter, Bruder. Der macht das seit zehn Jahren. Er ist eine Maschine. Schon ein bisschen Respekt vor seinem Alter. Weil ich wiege auch ein bisschen mehr. Also, ein bisschen viel mehr. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, impulsiver zu haben. Jeff. Jeff. Technisch. Einmal technisch. Du kannst den sehr schön ausboxen. Zwei Aktionen. Zwei Aktionen. Jeff. Und da musst du Jeff gehen. Du musst immer zwei Aktionen machen. Immer von Seite rein denken. Körper, Kopf. Zwei Aktionen. Reinarbeiten. Bleib gerade. Maschallah. Da musst du auf den Kopf bleiben. Technisch sauber, aber komm rein. Bleib gerade. Druck machen. Und immer vorwärts gehen. Schön gerade, Bruder. Ja. Maschallah. Und dann weiter. Dann wieder raus, wenn er schlägt. Und wieder rein. Fang mit links an. Schön, Jengis. Stell den. Stell den. Beschäftige den auch, Jengis. Und jetzt machen. Beschäftige den. Mach was. Und wieder rein. Bleib gerade. Mehrere Kombis. Nicht nur zwei Schläge, Junge. Bleib die zweite auch gerade. Du kannst den auch festhalten. Die zweite auch gerade bleiben. Komm, Jengis. Komm, Jengis. Doppel Jengis. Mach Doppel Jengis. Ja, ja. Schön, der war schön. Komm dann, Bilal. Genau, komm dann. Gerade, Bilal. Ja. Und wieder rein. Und wieder rein. Und jetzt in die Ecke treiben. Billal, man muss klarer machen. Zu langsam. Zu langsam. Halt den weg. Das ist kein Dominieren. Das ist kein Dominieren. Bleib gerade. Ja. Schön. Bruder, nicht so weit. Von der Mitte. Geh schnell. Von der Mitte. Bam. Mach was. Greif du ihn an. Fördere ihn. Stopp ihn, wenn der kommt. Und let's go. Du würdest ihn auch noch da raus holen, ne? Halt den weg. 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 Mit von der Mitte geht's. Höft den weg. Legiert. Halt den weg. Ja, vers trivia. Boah, wieso? Stark! Das war so ein technisch sauberes Sparring. Die Schläge zum Körper mit der rechten war richtig sauber. Das Ding ist, die Grenze zu der Adana kommt gleich los und einfach saubere Treffer. Also die Runde war glaube ich, ich kann es zwar nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe, aber unsere technisch sauberste. Auf jeden Fall, 100%. Das war gar nicht schade gemacht. Noch mal eine Runde direkt? 100% Das war's. Das war's. Das war's. Spack. Yeah! Oh, cool! controlling mich! Oh! Letzten ziehen. 3 2 1 Schöner, letzter Hand Wow Ich sag dir ehrlich, wenn wir das technische Ding machen, klar sagen wir ab und zu beiden noch ein bisschen härter, aber es ist keine durchgehende harte Stimmung Du machst das Ding, ne? Inshaallah Wurde eure Bogen? Ich sag, fährt kaum mit ihm Ich auch nicht Ich sag, es hätte echt gut gemacht, ey Guck mal, ich bin schon sehr nah am Boden und komplett runter Er hat Kempfire gezeigt, er hat gut mitgemacht beim Sparring Ich hoffe, euch hat das auf jeden Fall gefallen Dann sind wir auch wieder am Start Wir haben auch wieder ein geiles Sparring falsch gemacht Bis an die Grenzen, mein Bruder Bruder, ich glaube, der letzte Sparring war 6 Minuten Das haben wir aber gar nicht für euch gefilmt Das haben wir nur für uns gefilmt Oberkörper frei, Bruder, auch ohne Wir haben Oberkörper frei gemacht, Leute 6 Minuten haben wir durchgekämpft Bis zum Gegenspieler Ich war kurz vor dem Kotzen Was sagst du, wie war Sparring? Gibt euch mal diesen Cut hier In diesem Sinne, Leute Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video Bewerten, kommentieren, nicht vergessen Glocke aktivieren Und Peace out